Heyho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Video. Und zwar geht es um die Skilltree von Fleck. Fleck ist der vierte im Bunde, den ich jetzt aufnehme. Also ich habe die anderen davor aufgenommen. Ich werde die Videos ja wahrscheinlich alle gleichzeitig hochladen. Allerdings nur nicht das wundern, wenn ich dann auf andere Charaktere zukomme, weil ich die anderen jetzt schon vorher hatte. Wir gucken uns nämlich einmal den Skilltree oder die Skilltrees ein, also die Skillbäume im Deutschen, wie man hier unten schön sieht mit dem Promillezeichen, einmal an. Ich werde nicht genau auf Zahlen eingehen oder so, sondern einfach nur kurz erklären, was die Skills machen, einmal vorlesen und meine Meinung dazu sagen. Wir fangen direkt an mit dem mittleren Skilltree, und zwar mit dem Purscher. Vorab etwas Lustiges, was Fleck besonders macht. Man kann hier, man hat hier einmal die Möglichkeit, ein Tier auszuwählen. Und dieses Tier bleibt die ganze Zeit bei ihm. Das ist wirklich, also guck, das Tier bleibt die ganze Zeit. Das ist sozusagen, das chillt die ganze Zeit, hat immer einen Effekt. Er hat ja drei Tiere. Es gibt einmal den Jabber. Das ist, ja, das ist diese neue Monsterart, die es geben wird. Ein treuer Jabberbegleiter mit einer Pistole. Stößt zu Fleck. In Begleitung des Jabbers ist Flecks Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Halte F gedrückt. Halte F gedrückt halten. Okay. Um einen Angriffsbefehl zu geben, der dem Jabber ein Strahlungsfass auf den Feindwerfen lässt. Also man kann mit den Tieren auch Gegner markieren. Das ist der Jabber. Also das Tier, das hat ein gewisses Leben. So viel weiß ich schon. Ob man das, wenn es stirbt, einen gewissen Cooldown drauf hat und danach das Tier wiederkommt. Oder ob man es wiederbeleben, also selbst wiederbeleben muss. Oder kann, besser gesagt. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, dieses Tier bleibt ansonsten, rennt, so wie ich das verstehe, immer mit Fleck rum. Der Skill an sich ist aber Entschwinden. Fleck tarnt sich und wird unsichtbar. Fleck kann getarnt drei Schüsse abfallen und jeder Schuss ist automatisch ein kritischer Treffer. Getarnt sind Flecks Bewegungsgeschwindigkeit und Gesundheitsrehenheit. Hat was von, also sehr ähnlich wie der Zero aus Borderlands 2, zumindest die Fähigkeit. Allerdings können wir hier drei getarnte Schüsse abgeben und die sind von Anfang an, ohne dass man hier noch zusätzlich irgendwas leveln muss, sind die Crit. Also wie man sieht, geht sehr stark in offene Sniperklasse. Brauche ich glaube ich nicht anherzweise drüber überlegen. Wir haben hier einmal selbst reparierendes System. Kann Flecks maximale Gesundheit erhöhen und laufend Gesundheit regenerieren? Also einfach Gesundheitsregeneration plus maximale Gesundheit. Erklärt sich von selbst. Fass. Angriffsbefehl hat Abküngezeit gesenkt und Schaden erhöht. Also dein Tier kann schneller angreifen und macht mehr Schaden. Also kann öfter, nicht schneller, kann öfter. Falsch gedeutscht. Rasender Angriff. Jägerskill. Nach dem Abschluss eines Feindes erhält Fleck ein Stapel rasender Angriff. Für jeden Stapel rasender Angriff erhält Fleck erhöhte Handhabung und erhöhte Schusswaffenschaden. Stapel verfallen nach wenigen Sekunden. Jetzt ist die Frage nach Abschluss. Das steht nicht nach Kill oder nach Töten eines Feindes, sondern nach Abschluss. Das heißt, ich treffe einen Gegner, bekomme einen Stapel rasender Angriff und für diesen Stapel habe ich dann erhöhte Handhabung der Waffe. Also sehr wahrscheinlich kann man dann schneller von links nach rechts zielen im Scope und der Schusswaffenschaden ist erhöht. Gefallsüchtig. Gefall, nicht Gefahr? Gefall? Gefallsüchtig? Okay. Killskill. Wenn immer Fleck einen Gegner tötet, reduziert sich seine Action-Skill-Ablingszeit. Wenn immer Flecks Haustiere einen Gegner tötet, reduziert sich die Action-Skill-Ablingszeit noch weiter und die Abblingszeit des Angriffsbefehlbezeuges setzt. Also wenn du Leute tötest, kannst du deine Action-Skill schneller benutzen. Wenn dein Tier einen Typen tötet, kannst du das Tier schneller wieder gezielt auf einen loslassen und dein Action-Skill führt. Zusätzlich wird dein Action-Skill auch noch schneller wieder ab sein. Meine BFFs verbündete Teilen einen Anteil von Flecks gesamter Gesundheitsregeneration. Flecks Haustier teilt die doppelte Menge an Gesundheitsregeneration. Finde ich genial. Dieser Skill hier ist genial. Also wirklich. Für alle, die entweder Solo oder auch Koop spielen, das ist genial. Gesundheitsregeneration ist super. Aber ist jetzt die Frage, was passiert zum Beispiel, wenn man jetzt vier Flecks in einer Runde hat und alle hier volle Punktzahl plus eventuell ein Class-Mod, das hier noch steigern. So Gesundheitsregeneration ist keine Ahnung wie hoch. Finde ich cool. Ist super für Koop. Und wenn wir Borderlands 3 spielen sollten, zu viert, was ich natürlich hoffen werde, auf jeden Fall würde ich denjenigen, der Fleck, wenn ich es nicht selber bin, unbedingt beten, zumindest mal einen Punkt reinzusetzen. Aber dann müsst ihr ja auch einen Punkt daran haben, damit du überhaupt eine Gesundheitsregeneration hast. Aber das ist, finde ich, für Fleck ein Muss. Wenn er Koop spielt, zu 100 Prozent. Im Solo kann man überlegen, ob es nicht was Geiles gibt. Aber ansonsten im Koop ist das ein hundertprozentiges Muss. Natürlich braucht man dafür aber auch selbst Gesundheitsregeneration. Das ist wichtig. Also es bringt nichts, da reinzugehen, da reinzugehen und dann da reinzugehen. Weil man dann selbst keine Gesundheitsregeneration hat. Es sei denn, man hat einen Klassenmod oder so. Sondern man müsste vorher schon einen Punkt hier rein investieren. Oder man nimmt ein anderes Tier. Ich meine nämlich, ein Tier gibt Gesundheitsregeneration. Dazu kommen wir aber gleich. Übertaktet. Fleck erhält eine erhöhte Feuerrate. Nach dem Nachladen erhält Fleck sogar eine noch größere Feuerrate. Okay, mehr Feuerrate. Wenn du nachletzt hast, dann für eine kurze Zeit sogar noch krassere Feuerrate. Erklärst du von selbst. Wenn Fleck im Kämpfer-unter-Leben-Modus ist, wird sein Haustier besuchen. Wird sein Haustier besuchen, ihn wiederzubeleben. Ich glaube, da sollte Versuchen stehen, ihn wiederzubeleben. Ist aber egal. Er kann uns auch besuchen und uns dann wiederbeleben. Das finde ich genial. Weil, was mich abgefuckt hat. Ich weiß nicht, für die, die Borderlands 2 gespielt haben und Gage gespielt haben. Es gibt beim Skilltree für Claptrap, gibt es die Möglichkeit, dass Claptrap dir ein Schild gibt. Das triggert erst, wenn dein Schild verloren. Und meistens ist das so, wenn ich down gegangen bin, wurde ich gebürstet. Und dann kommt Claptrap, nicht Claptrap, Death Trap ist das, sorry. Dann kommt Death Trap immer und gibt dir das Schild, während du kämpfst um dein Leben, wo du es bist und steht sonst doof daneben. Übelst boostet. Hat mich jedes Mal abgefuckt. Ich habe das irgendwann auch rausgeskillt. Das war hin und wieder, war das echt cool, dass er mir ein Schild gegeben hat. Aber meistens war das, ich bin down und dann kommt Death Trap und gibt mir so ein Schild, Alter. Übelster Abfuck. Übelst dumm. Jetzt ist das so, wenn du gedownt wirst, können deine Tiere kommen und dich wiederbeleben. Hat sehr, also bis jetzt hatte jeder Charakter irgendeinen Skill, der sich im Kämpfen um seinen Lebenmodus ihm hilft, wieder schnell auf die Beine zu kommen. Flack hat jetzt hier die Möglichkeit, dass sein Tier ihn wiederbelebt. Ist im Singleplayer nice, im Multiplayer vielleicht nicht ganz nötig, da kann man sich den Skillpunkt sparen. Ja, ansonsten finde ich super. Nicht, dass das Tier dir ein Schild gibt, sondern dass das Tier dich wiederbelebt. Ja. Fersengeld. Während er sich bewegt, kann Flack laufend Gesundheit regenerieren und Schadensreduktionen erhalten. Bleibt er stehen, gewinnt Flack Schuftwaffenschaden und Feuerrate. Okay, also du läufst, dann hast du Regenerationen und kriegst weniger Schaden. Wenn du stehen bleibst, mehr Schaden und mehr Feuerrate. Dafür verlierst du natürlich die anderen beiden Effekte. Eignet sich wieder, super mit dem Skill. Heißt, wenn der Flack ein bisschen rumläuft und die anderen gerade am Fighten sind, kriegen die übelste Lifefrag durch diesen Skill. Finde ich, also finde ich sympathisch. Das ist ein schöner Koop-Tree. Also das Lifefrag-Ding ist ein schönes Koop-Ding, ist hier so einfach links runter. Flott und Flauschig. Wenn Flacks Gesundheit über die Hälfte gefüllt ist, werden sein Schusswaffenschaden und die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Okay, du bewegst dich noch schneller. Dadurch kannst du wieder das hier schön triggern und Schusswaffenschaden ist immer super. Allerdings nur, wenn die Gesundheit über die Hälfte ist. Wenn ein Gegner kein Ziel hat oder ein anderes Ziel angreift, verursacht Flack höheren Schaden gegen ihn. Erinnert so ein bisschen an Assassin-mäßig, also alles was dich nicht sieht oder dich nicht angreift. Kannst du besser meucheln oder so, so ähnlich funktioniert das hier auch. Rage und Regeneration. Killskill. Das Ausschalten eines Gegners regeneriert die Gesundheit von Flack und seinem Haustier für ein paar Sekunden. Okay, du tötest was, kriegst Leben wieder. Für ein paar Sekunden. Dein Tier auch. Die Macht im Inneren. Flack und sein Haustier halten erhöhten Schaden, wenn Flack ein Action-Skill aktiviert. Wenn Flack über volle Gesundheit verfügt, verdoppelt sich der erhöhte Schaden. Ist absolut solide. Dein Haustier macht mehr Schaden, während dein Action-Skill und du machst auch mehr Schaden, während dein Action-Skill aktiv ist und eignet sich mit den drei Schüssen hiervon sehr gut. Und wenn du volle Gesundheit hast, also keinen Schaden genommen hast, Schild ist egal, so wie ich das verstehe, macht sogar noch mehr Schaden. Als Augments haben wir hier, wir haben erstmal hier sozusagen den Tierersatz, also das ersetzt sozusagen das Tier, oder upgradet das Tier besser gesagt. Du kannst aus dem Jabber-Kumpel, kannst du Flex-Jabber entwickelt sich zum Muskelpots, wirft seine Pistolen weg und rüstet einen Shotgun aus. In Begleitung vom Muskelpots hat Flack erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und maximal Gesundheit. Hier haben wir nur erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Gibt Flack einen Angriffsbefehl, lässt der Muskelpots eine Nahkampfwaffe erscheinen, deren mächtigen Angriff feindes Rückschuss. Okay, also hier wirft er so ein Säurefass, nein, ein Strahlungsfass, Entschuldigung, er wirft ein Strahlungsfass, wenn du einen Angriff gibst mit F, und hier holt er so einen Knüppel raus und böllert die komplett weg, zumindest laut dem Emblem. Wir können den Jabber allerdings auch zum Waffennahre-Jabber machen. Flex-Jabber verbessert seine Ausrüstung und rüstet eine SMG aus. Die Begleitung durch Waffennah sind Bewegungsgeschwindigkeit und kritischer Trefferschaden bei Flack erhöht. Also nicht nur Bewegungsgeschwindigkeit, sondern halt, kriegst zusätzlich auch kritischen Trefferschaden. Gibt Flack einen Angriffsbefehl, rüstet der Waffennah einen Raketenwerfer aus, um das Ziel anzugreifen. Okay, also es ist eine SMG, oder wird einfach mal kurz ein Raketenwerfer auf dem Angriffsbefehl, einen Schuss, sehe ich aber, gehe ich mal von aus, einen Schuss und danach wird wieder nochmal weitergekämpft. Als Augments haben wir bei dem Skilltree Gorillas im Nebel, Entschwinden endet nicht mehr, nachdem Flack angreift, dies geht auf Kosten des kritischen Trefferschadens und die Dauer von Auflösen wird verringert. Also das hier ist Entschwinden. Das mit dem Auflösen hat man euch, das ist ja wahrscheinlich irgendein anderer Skill, oder irgendeine Fähigkeit, habe ich nicht aufgepasst. Keine Ahnung, wo war das? Ja, auf jeden Fall kannst du jetzt einfach die ganze Zeit unsichtbar bleiben und angreifen. Hast aber nicht mehr so viel, also hast etwas, also hier hast du plus 200% kritischer Trefferschaden, hier hast du nur plus 50% kritischer Trefferschaden. Also du kriegst, du wirst nicht nach drei Schüssen aufgedeckt, sondern erst nach, also nach acht Sekunden einfach nur. Allerdings kriegst du nur plus 50% kritischer Trefferschaden. Nicht mein Zirkus. Nach dem Ende von Entschwinden setzt Flex Haustier Provozieren ein und zieht die Aufmerksamkeit aller Feinde in einen riesigen Radius auf sich. Für ein paar Sekunden nach dem Provozieren erhält das Haustier starke Schadensreaktionen. Also du gehst aus dem Talmodus wieder raus und anstatt dass du dann direkt Schaden nimmst, opfert sich dein Tier sozusagen, sagt einmal, hey Jungs, greift mich an, dafür wird das Tier kurz gepanzert, aber du hast dann erstmal Zeit, dich zu sammeln und wirst nicht direkt angegriffen. Bis du platt bist. Die Gesundheitsregulation und Bewegungsgeschwindigkeit von Entschwinden bleibt für kurz Zeit nach dem Ende des Skills beschehen. Heißt du bist schon wieder sichtbar, hast aber trotzdem noch ein bisschen Bewegungsgeschwindigkeit und Gesundheitsregulation vom Skill, obwohl du wieder sichtbar bist. Starrer Blick. Aufeinanderfolgende Treffer beim gleichen Ziel erhöhen Flex kritische Schaden pro Treffer. Starrer Blick wird nach drei Treffern zurückgesetzt. Kritischer Trefferschaden plus 35 pro Treffer. Das ist übelst krass. Weil wir nämlich, also wir nehmen jetzt mal, wir haben Entschwinden kritischer Trefferschaden plus 200. So. Machen wir einen Treffer. Zack. Plus 75 Prozent. Dann sind wir bei 275. Zack. Noch ein Treffer. Sind wir ja, da es pro Treffer sind. Zack. Sind wir bei 350 Prozent extra kritischen Trefferschaden. Zack. Dritter Treffer. Kritisch. Sind wir bei 200. Äh. Bei 200. Wir kommen hier nicht. 200. Ich bin dumm. Bei 425 Prozent kritischen Trefferschaden. Das ist übelst viel. Das ist übelste Sonne viel. Also sagen wir so, du hast 100, du hast eine Sniper, die macht 100 Schaden. Da würdest du mit einem, mit dem letzten Treffer würdest du über 500 Schaden, also über 500 Schaden machen. Das, das ist, das ist, das ist, das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Vor allem kritischer Schaden pro Treffer. Also Staroblick wird noch 3 Treffern zurückgesetzt. Eignet sich natürlich sehr gut mit den 3 Schüssen hier. Allerdings könnten wir auch das nehmen und dann mit einem MP oder irgendwas, was schnell schießt, ganz viele kritische Treffer machen und das immer wieder stacken. Das geht natürlich auch. Das wäre auch nice. Nächster Skilltree. Nächstes Haustier. Spider-End Centurium. Wenn wir den ausrüsten, haben wir ein treuer Spider-End Begleiter stößt zu Flack und lässt Flack dauerhaft Gesundheit regenerieren. Hier, genau das Tier meinte ich mit Gesundheitsregeneration. Das heißt, du nimmst das Tier, ich würde den Spider-End nehmen und dann hier reingehen, dann hast du so viel Life-Rack. Das kann er noch. Halte F gedrückt, um einen Angriffsbefehl zu geben, der Spider-End auf den Fall zustirmen. Das ist so, der rennt da wie so ein Rambock. Die Action-Skill-Fähigkeit ist ein Rack-Angriff. Flack schickt zwei Racks voraus, um Feind im Sturz-Anflug anzugreifen. Dieser Skill hat mehrere Ladungen. Ich gehe mal davon aus, dass er zwei Ladungen hat oder so. Es klingt zumindest stark wie der Action-Skill von Mordecai aus Borderlands 1. Also, da gibt es glaube ich, oder würde ich zumindest behaupten, dass es so ist. Deswegen, also, du schickst zwei Racks, die fliegen hoch, greifen Gegner an, fertig. Interplanetarer Stalker. Jäger-Kill-Skill. Wenn immer Fleck einen Gegner tötet, erhält er einen Stapel Interplanetarer Stalker. Für jeden Stapel Interplanetarer Stalker erhält er einen Bonus auf den zugefügten Gesamtschaden. Zudem erhält er einen einzigartigen Stapelwaren Bonus, abhängig vom getöteten Gegnertyp. Jeder einzigartige Bonus ist bis zu dreimal Stapelbar. Jeder Stapel verfällt nach kurzer Zeit. Und hier sieht man jetzt, das ist das Interessante, dass man da verschiedene Boni hat. Da gehe ich jetzt auch nicht auf die Zahlen, aber du kriegst zum Beispiel, wenn du Menschen tötest, kriegst du plus 3% Action-Skill. Bei Robotern kriegst du Korrosionsschaden, also mehr Korrosionsschaden. Bei Bestien kriegst du mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist, finde ich, übelst interessant, dass du halt so, der Jäger halt sozusagen sozusagen verschiedene, also verschiedene Gegner geben dir verschiedene Boni. Keine Spuren hinterlassen. Wenn Fleck einen kritischen Treffer landet, erhält er die Chance, dass sein Magazin ein Munition hinzufügt wird. Also du machst einen kritischen Trefferschaden und hast dann trotzdem wieder einen Schuss. Eignet sich für Sniper mehr als für ein Sturmgewehr, aber ist halt so. Oder ist halt, meiner Meinung nach, klappt auch mit dem Sturmgewehr, aber eins ist halt nicht so viel. Da brauchst du schon mehr oder musst halt, also ist halt mit dem kritischen Trefferschaden schwer. Ja, also ein Sturmgewehr, eine ganze Zeit, wo es kritischer Trefferschaden ist nice und dann, gut, dann hilft dir auch das eins mehr, aber ist für den Sniper, glaube ich, sinnvoller, weil mir der Sniper nachladen ist immer kacke. Zweite Absicht. Jäger-Kill-Skill. Wenn immer Fleck einen Gegner tötet, erhält er erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Dieser Bonus wird erhöht, wenn Fleck einen kritischen Kill erzielt. Ja, also, töten, mehr Nachladegeschwindigkeit. Einem durch den Krit töten. Krit, töten, noch mehr Nachladegeschwindigkeit. Jäger-Auge. Fleck erhält Boni, wenn er unterschiedliche Gegnertypen bekämpft. Das ist Unterschied, wie gesagt, das ist dieser Jäger-Boni. Das ist, ähm, also kritischer Trefferschaden ist zum Beispiel gegen Menschen um 3% erhöht, Rüstungsschaden ist gegen Roboter erhöht und Schadensreduktion hast du gegen Bestien. Das ist, das ist halt cool für die verschiedenen, ähm, Planeten, auf denen du bist, aber es sind jetzt auch nicht so die krassesten Boni, finde ich zumindest. Kopf oder Zahl. Wenn Fleck einen kritischen Treffer landet, besteht die Chance, dass sein Action-Skill-Abringzeit reduziert wird. Ja, erklär dich auch von selbst. Machst einen Krit, kriegst ein paar Sekunden von deinem Action-Skill weniger. Also, hast 18 Sekunden Codon oder so, machst einen Krit, minus 2, hast du nur noch 16. Lauerjäger. Wenn keine Feinde in der Nähe sind, werden Flacks Waffenhandhaben und kritischer Trefferschaden erhöht. Eignet sich auch wieder super für einen Sniper, um Leute aus der Distanz wegzuböllern. Doppelt gemoppelt. Fleck hat die Chance, ein zusätzliches Projektil pro Schuss zu feuern. Das ist auch super, eignet, das ist auch wieder, geht Richtung Sturmgewehr, eignet sich aber auch super für einen Sniper. Ähm, allerdings wichtig, das war auch bei Borderlands 2, gab es diesen sowas ähnliches. Ähm, ein zusätzliches Projektil ist nicht ein doppelt, also es ist nicht doppeltes, doppelter Schussschaden gleich. Bei einer Sniper ist es doppelter Schussschaden, beim Sturmgewehr auch, bei einer MP auch. Bei Children of the Vault weiß ich nicht, wie das da aussieht. Ähm, ob du dann auch einfach zwei Schuss machst und die Waffe trotzdem nur eins überhitzt. Ähm, bei Shotguns ist das, also eigentlich komplett useless, weil Shotguns Schaden wird ja immer bla 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 bla, mal 8, mal 7, mal 9, mal hast du nicht gesehen gerechnet. Und wenn du eine Shotgun hast mit, keine Ahnung, 10 mal 9, also 90 Schaden, wenn alle Projektile treffen, kriegst du, ähm, nur ein Projektil mehr. Das heißt, dein Schaden wäre 10 mal 10, also 100. Du kriegst also nur ein Shotgun-Projektil mehr. Du schießt also sozusagen nicht zwei Salben von der Shotgun, sondern du kriegst wirklich nur ein Projektil mehr. Das heißt, bei dem Skill, oder für diesen Skill, eignen sich Shotguns meiner Meinung nach absolut gar nicht. Es sei denn, du hast jetzt die Überficker-Shotgun, wo dieses eine Projektil dir noch den Arsch retten würde oder alles ficken würde, was ich nicht glaube. Deswegen da Shotguns eher weniger. Big Game. Flex-Jägerskill werden deutlich effektiver und haben eine längere Dauer. Ja, das ist, ne, die ganzen Effekte gegen Menschen und, äh, gegen die verschiedenen Gegnertypen werden effektiver. Gefährliches Spiel. Jäger-Kill-Skill. Wenn immer Flagg einen Badass oder stärkeren Gegner getötet hat, erhält er für lange Zeit erhöhten kritischen Trefferschaden, Schussaufenschaden und Handhabung. Zudem erhält er eine Geldprämie vom intergalaktischen Amt für Kopfgeldjäger. Okay, also wenn du irgendwas Dickes tötest, kriegst du erstmal mehr Geld. Und wenn du irgendwas Dickes getötet hast, kriegst du danach für lange Zeit, ähm, lange Zeit sind hier zwei Minuten im Moment. Also auf Stufe 1, ich weiß nicht, ob das noch höher geht. Hast du mehr kritischen Trefferschaden, generell mehr Schaden und eine bessere Handhabung der Waffe. Ist solide. Galaktischer Schatten. Flagg teilt, erhöht kritischen Trefferschaden aus und Feinde greifen weniger wahrscheinlich an. Heißt, sehr wahrscheinlich, sie werden mehr das Tier vorgossen. Es wäre nämlich komisch, wenn du Gegner abschießt und der sich dann so denkt, oh nö, 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 ich hab grad keine Lust, dich mag ich nicht, dich greife ich nicht an. Grimmige Ernte. Flagg erhält erhöhten Schusswaffenschaden und Action-Skill-Schaden. Heißt, dein Action-Skill macht mehr Schaden und du machst generell mehr Schaden. Absolut stabil. Mega-Biest. Flagg erhält die Chance, mit Waffen einen kritischen Treffer an beliegenden Körperteilen von Gegnern zu landen. Das ist übelst gut. Ich weiß nicht, bei, was war das, wo man Nische zocken konnte. Borderlands The Pre-Secret gab es das auch, die hatte so ein, das war aber ein Kill-Skill, das war ein Kill-Skill, das die nächsten paar Sekunden machst du, egal wo du triffst, kritischen Treffer schaden. Das war broken. Also no joke, damit konntest du Endboss oder Raidbosse, konntest du, wenn du irgendeinen Mob hattest, konntest du dann den krassesten Raketenwerfer oder krassesten Sniper der Welt ausrüsten, also meistens Raketenwerfer oder Shotguns oder so und du hast sie einfach auseinandergenommen. Also das war wirklich stark. Deswegen das hier auch übelst gut, 20% komplett solide und kann im Combat helfen, weil im Combat hast du vielleicht nicht immer die Zeit auf den Kopf zu gehen und dann trotzdem mal kritischen Treffer zu landen, ist bestimmt heiß. Wir können auch wieder hier das Spider-End oder den Spider-End-Certurio verändern und zwar, dass er Flex-Spider, also einmal der Spider-End-Schmorer, Flex-Spider-End entwickelt sich zu einem Schmorer, die zeitweise Brandschaden bei allen Feinden in der Nähe verursacht. In Begleitung des Schmorer wird bei Flex dauerhaft Gesundheit regiert und erhält Elementarresistenzen. Also hier haben wir sozusagen Elementarresistenzen sind dazu und die setzt sozusagen Brandnobers oder das Ding brennt und alle Gegner in der Nähe brennen. Der Eingangsbefehl bleibt gleich, das Ding rennt auf die Gegner zu. Wir können es auch zu Spider-End-Gräfin machen. Flex-Spider entwickelt sich in eine Gräfin. Die Flex dauert Gesundheit regenerieren und Schadensreduktion erhalten. Hier haben wir Elementarresistenzen, hier haben wir generelle Schadensreduktion und auf den Gipfleck einen Angriffsbefehl, vergräbt sich die Gräfin und verursacht beim Auftauchen Korrosionsschaden in einem Gebiet. Also die buddelt sich so ein, baggert, buddelt sich dann sozusagen zu den Gegnern hin, wo es angreifen soll, taucht da auf, verursacht Korrosionsschaden. Für die Augments haben wir einmal, wandelt Flex-Rex in Kyroschaden um, also die Rex machen Frostschaden. Das heißt, Reck-Eis, dann einmal Falkners Festmahl. Wenn Flex-Rex einen Feindschaden zufügen, wird ein Teil von Flex Gesundheit wiederhergestellt. Also du machst Schaden mit deinem Skill, kriegst Leben wieder. Die ganze Härte, Flex schickt zusätzliche Rex voraus, also statt 2 hast du dann 4 oder halt 3, keine Ahnung. Das Bild hat 3, ich meine es, aber hier hast du, schickt 2 Rex, hier steht plus 2, dann hast du 4 Rex. Natürlich auch dann doppelt so viel Schaden. Und einmal Rex da. Flex-Rex haben eine erhöhte Abkriegsgeschwindigkeit und erhalten eine zusätzliche Ladung. Ich glaube, du hast hier schon, dieser Skill hat mehrere Ladungen, dann hast du noch mehr Ladungen, hier hast du dann nochmal mehr Ladungen, dann nimmst du noch das hier, dann hast du ganz viele davon, dann kannst du einfach so einen Rack-Schwarm losschicken. Kommen wir zum letzten Skill mit dem letzten Tier, dem Wach-Skeg. Ein treuer Skeg-Begleiter stößt zu Flex und erhält, erhöht Flex-Schaden. Einfach halt, das Ding gibt dir mehr Schaden. Ähm, halt der F gedrückt, um einen Angriffsbefehl zu geben, der den Skeg-Säure auf Feinde spucken lässt. Ja, der kotzt die dann voll, halt den Skeg, der kotzt gerne. Action-Skill, Gamma-Salve. Flex erzeugt einen Spalt bei einer Zielposition, teleportiert sein Haustier durch den Spalt und verursacht Strahlungsschaden bei Feinden in der Nähe. Außerdem wird Flex-Haustier verstrahlt, wächst und verursacht zusätzlich Strahlungsschaden, wenn es angreift. Wird Gamma-Salve eingesetzt, wenn Flex-Haustier am Boden oder tot ist, wird das Haustier bei der Zielposition mit 30% seiner Gesundheit wiederbelebt, wodurch sich aber die Action-Skill-Upkriegzeit verdoppelt. Ja, portet dein Tier irgendwo hin und macht das Tier stärker. Wüst und Wild. Flex-Haustiere fügt erhöhten Schaden zu. Ja, dein Tier wird stärker. Beharrlicher Jäger, erhöht Flex-Schusswaffenschaden und Action-Skill-Dauer, also dein Action-Skill, also dieser Spalt oder was auch immer du ausgerüstet hast, dauert länger oder hält länger an. Klappt sehr wahrscheinlich, also klappt bei den Rack-Style wahrscheinlich nicht, die werden nicht länger Schaden machen, die fliegen nur einmal auf die Gegner, klappt dann sehr wahrscheinlich nur beim Tarn oder halt bei dieser Gamma-Spalte. Und machst mehr Schaden. Ziel auf die Augen. Wenn Flex-Haustier einen Gegner angreift, ist der erste Nackenangriff ein automatisch kritischer Treffer, der immer Schaden zufügt, also der erste Angriff auf einen Typen von deinem Tier macht mehr Schaden. Wer hat wen gerettet? Wenn immer Flex-Haustier Schaden austeilt, kann Flex für ein paar Sekunden Gesundheit regenerieren. Wenn immer Flex-Haustier einen Gegner Schaden zufügt, regeneriert sich die Gesundheit seines Haustiers zu einem Teil des zugefügten Schadens. Also dein Tier macht Schaden, du regenerierst Gesundheit, du machst Schaden, dein Tier regeneriert Gesundheit. Vorsicht bissig. Wenn Flex-Haustier Schaden erleiden, wird das Haustier einen Teil des Schadens an den Eingreifer zurückgeben. Also ähnlich wie Thormals, also ich schlage dich, aber ich kriege dabei selber Schaden. Also so ist es dann halt, die Gegner schlagen das Haustier, kriegen dabei selber Schaden. Raserei. Jägerskill. Wenn Flex-Haustier Schaden verursacht, erhalten Flex und seine Haustiere einen Stapel Raserei. Jeder Stapel Raserei erhöht den Schaden. Der Stapel verfallen nach wenigen Sekunden. Ja, also einfach mehr Schaden durch deine Stapel. Psychokopf am Stiel. Jäger-Kill-Skill. Wenn immer Flex einen Gegner tötet, erhält sein Haustier für wenige Sekunden erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und erhöht den Schaden. Okay, du tötest was, dein Tier wird stärker. Schwarmintelligenz. Wenn Flex Schaden nimmt, wird ein Teil des erlittenen Gesamtschadens stattdessen mit seinem Haustier geteilt. Ist ganz praktisch, also es ist halt Schadensreduktion. Also du wirst getroffen, aber dein Tier leidet sozusagen mit dir. Auch wenn ich ja gegen Gewalt, also gegen Gewalt, gegen... Ich bin gegen Gewalt gegen Tiere. Das hat mich gerade so verwirrt, weil da zwei Männer in einer Gegend drin vorkamen in dem Satz. Aber egal. Barbarisches Brüllen. Erhöht die Kraft von Haustierbohnen, die Fleck erhält. Also so, alle Sachen, die dein Haustier stärker machen, werden nochmal erhöht. Mutierte Verteidigung. Wenn die Gesundheit von Flex Haustier niedrig ist, erhält es Schadensreduktion und stellt Gesundheit wieder her. Dieser Skill hat eine lange Abklingzeit. Eine lange Abklingzeit. Abklingzeit, mutierte Verteidigung, 15 Sekunden. Oder sind das 15 Minuten? 15 Minuten wären lang. Lang. 15 Sekunden? Eher nicht so. Aber, muss ja wissen, also dein Tier, bevor es sozusagen kritisch wird, nimmt es weniger Schaden und regeneriert kurz Leben. Stapeltaktik. Sämtlicher Schaden dem Fleck und seinen Haustier verursachen, ist erhöht. Die maximale Gesundheit von Fleck und seinem Haustier wird auch erhöht. Erklärt sich von selbst. Geteilter Geist. Wenn Fleck nur wenig Gesundheit hat, wird ein Teil des Schadens, den er erleidet, mit seinem Haustier geteilt. Heißt, das macht nochmal, diesen Effekt hier macht das hier nochmal stärker. Dominanz. Nahkampf Override Skill. Fleck erlangt Dominanz über einen Gegner und macht ihn kurzzeitig zum Verbünden. Ist der Gegner eine Bestie, verdoppelt sich die Dauer. Also, es gibt ja auch, wir haben ja auch schon in Borderlands Trailern gesehen, es gibt verschiedene Planeten, wo halt auch Tiere sind. Und das zählt halt das Beste, so Skeks sind halt auch Beste. Wenn du die mit diesem Nahkampf Override Skill angreifst, wird die Dauer halt verdoppelt. Während der Dominanz verliert das Ziel kontinuierlich an Gesundheit, bis es stirbt oder die Wirkung versiegt. Es kann immer nur ein Gegner dominiert werden und jeder Gegner kann nur einmal dominiert werden. Also ist ein Nahkampf Override Skill, also halt dein Nahkampf wird dann sozusagen ersetzt durch so eine Peitsche oder wäre zumindest cool, wenn es durch eine Peitsche ersetzt wird und dann nimmst du kurz die Kontrolle über einen Gegner. Wie gesagt, bei Tieren halt doppelt. Jetzt allerdings die Frage, klappt das auch bei Bossen? Hier steht nicht, dass das bei Bossen steht, aber wenn du einen Boss für kurze Zeit übernehmen konntest, der dann für dich kämpft oder halt kontinuierlich Leben verliert, prozentual gesehen wirklich, ist ja sozusagen, dir wird die Arbeit genommen und ist for free. Schaden. Wir können den Skek verwandeln und zwar einmal zum großer Horn Skek. Flex Skek entwickelt sich in einem großen Horn Skek, der Flex Schaden und Schusswarmenschaden erhöht. Schaden und Schusswarmenschaden ist ein Unterschied. Ist Schaden generell gemeint und dann zusätzlich nochmal Schussschaden drauf oder ist Schaden einfach nur ein Nahkampf oder wie? Ich meine eigentlich, dass Schaden generell ist und Schusswaffen ist halt nur das von Schusswaben. Also du hast hier, der erhöht generell den Schaden und hier hast du nochmal zusätzlich plus Schussschaden. Gibt Fleck einen Angriffsbefehl, stürmt der große Horn Skek auf Feinde zu und wirft sie in die Luft. Also heißt, jetzt wird hier nicht mehr gekotzt, sondern der Skek macht einen Rambock. Eridianischer Skek. Flex Skek entwickelt sich zu einem Eridianer Skek, der Flex Schaden und Feuerrat erhöht. Also du hast mehr Schaden und schießt schneller. Wenn Fleck einen Angriffsbefehl gibt, zieht der Eridianer Skek Feinde in der Nähe durch eine Singularität heran. Also der macht so eine Implosion, sodass Feinde zu sich heranfliegen. Atomgeschmack. Das sind die Augments. Wenn Gamma-Salve aktiv ist, wird Flex Haustier von einer Strahlungs-Aura umgeben, die dauerhaft Feinde in der Nähe Schaden zufügt. Hier hatten wir das auch, dass das Ding dann, ähm, hier, also Haustier ist verstrahlt, wächst und verursacht zusätzlich Strahlungsschaden, wenn es angreift. Dabei beim Atomgeschmack hat es so eine Aura, also diesen Strahlungsschaden verursacht. Empathische Wut. Für die Dauer von Gamma-Salve ist der verursachte Schaden von Fleck erholt. Einfach mehr Schaden für ihn, während die Gamma-Salve aktiv ist. Konditionen. Wenn Fleck oder Flex Haustier einen Feind tötet, während Gamma-Salve aktiv ist, wird die Dauer von Kolossal verlängert und der Haustierschaden erhöht. Diese Effekte sind bis zu 5 mal stapelbar. Bin ich irgendwie dumm? Habe ich wieder keine Ahnung, was Kolossal ist. Heißt das Ding hier Kolossal? Nein, okay. Keine Ahnung. Egal, also auf jeden Fall, der Haustierschaden wird erhöht und halt die Dauer von Kolossal. Kolossal. Verlängert. Ist da mit der Gamma-Spalte gemeint? Ich weiß nicht. Bis zu 5 mal funktioniert dieser Effekt. Ja, keine Ahnung, was Kolossal ist. Tut mir leid. Salvenhilfe. Nach dem Einsatz von Gamma-Salve bleibt der Spalt über die Dauer des Skills bestehen. In der Nähe des Spalts wird bei Fleck und seinen Verbündeten schnell gesundheitregiert. Okay. Heißt du kannst, wenn du dich dann als Verbündeter in die Nähe stellst, kriegst du Leben wieder. So, das war's mit Fleck. Ich bin ja ehrlich, ich finde Fleck, also dieses Live-Rack-Ding mit den Verbündeten heilen. Zusätzlich nimmst du dann am besten natürlich hier, ne, zack, den Spider-Ant, der schön dick Leben regeneriert. Und dann die Skills hier im Koop-Modus und dann das GG. Dann hat das ganze Team super viel Live-Rack. Finde ich super praktisch. Ja. Das soll's zu Fleck gewesen sein. Das war dann der letzte von den Vieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Hau da rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen.